so hallo hallo willkommen zu einer weiteren folge star wars wenn ich mich abends immer noch ein bisschen fertig oder müde anhöre vielleicht auch ein bisschen müde noch aussehe mit wundern ich bin eben erst aufgestanden vor einer viertel stunde oder so das hängt dann vermutlich damit zusammen holen müssen wir den jetzt noch mal nach kobe noch mal zurück ok fliegen wir mal nach kobe zurück in der zeit wo wir uns gerade mal eine zigarette drehen aber falls er nicht raucht merkt euch rauchen ist schlecht rauchen ist nicht geil ist nicht gesund also lasst es einfach wenn das nie gemacht habe dann lasst es einfach dann kommt er gar nicht erst in versuchung er könnte nur was vermissen wenn er wisst wie es ist wenn man dann wisst wie es ist dann könnte auch mit süchtig nach rauchen werden so einfach ist es noch einfacher wird aber wo mein ich brauche einen moment ja ich brauche wirklich einen moment wo ist denn mein feuerzeug schon wieder sagen wir jedes mal verdiene ich mein feuerzeug ich habe noch andere da liegen aber jedes mal keine ahnung wo es hingelegt habe scheiß drauf oder moment momentan ich habe das doch dahin liegt egal scheiß drauf Matze das andere ich verstehe das auch unter interagieren mit dem holi tisch warum mit dem holi tisch ich habe es noch angepeilt wo wir hinwollen. Ah, für die Dings, okay. Ja, ne, das möchtest wohl niemand. Vielleicht hat sie sie ja schon vorher erkannt, aber wollte es einfach nicht wahrhaben und hat gehofft, dass er sich doch ändert. Es hat die ganze Zeit hier gelegen. What the fuck? Das hört er bestimmt gerne. Ja, zurück auf Kobo. Zurück auf Kobo. Jetzt ist die Frage, wo ist die Mission? Die Hauptmission ist dort lang. Wo wir das letzte Mal dort weiterkamen. Ja, ja, genau. Müssen wir schauen. Hier haben wir noch ein Gerücht. Hier haben wir noch eins. Hier haben wir noch eins. Und hier. Und hier. Und hier. Ja, gut. Ich würde auch gerne bei den Gerüchten mal ein bisschen weitermachen. wir gehen. Wir gehen jetzt mal kurz, solange ich rauche, hier an den Spieletisch weiter spielen. neue Sachen freizuschalten. Dann bewegen wir uns Richtung Mission weiter. Und danach würde ich sagen, machen wir auch mal ein bisschen die Gerüchte. Ne. Ah, guck mal. Unser Garten leuchtet jetzt schön. Sieht geil aus, ne? Sehr schön. Wir müssen kurz warten, bis drin alles geladen ist. So. Der erste Platz könnte dir gehören. Mhm. Ja, es fehlen nur noch zwei. Dann spielen wir jetzt mal gegen sie. Aber nicht heute. Wie? Nicht heute. Doch, heute. Du spielst jetzt gegen mich, ob du willst oder nicht. Wir haben zwei Raketenwerfer. Ich könnte jetzt einfach so. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das schon reichen dürfte. Da hätten wir zehn Punkte für die nächste Runde mitgeholt. Diese Einheit ist erledigt. Aber warum sollte ich? Aber warum sollte ich? Ich nehme alles zurück. Das sollte nicht reichen. Aber nicht heute. Ja, nicht heute ist okay. Wir gehen anders davor. Arschloch. Wir gehen anders davor. Ja, die Raketenwerfer-Wichser. Das sind schon ganz schöne Penner. Und platzieren wir mal so ein. So und so. Ja, ich bräuchte glaube ich vorne irgendwas, was mehr reinschallert. Und ein Schutzschild bringt ja nichts gegen die Explosion. Hm. Es ist gar nicht mal so einfach, ne? Ich weiß ja nicht, ob der nicht übel auf die Schnauze bekommt. Wir hoffen es mal nicht. Wir schauen jetzt einfach mal kurz zum Spaß, wie es da läuft. Weil ich würde gerne mehrere Punkte mitnehmen. Nur die Nades und die Bazooka-Schüsse sind halt übel schlimm. Oh, mach's gut, leb wohl. Ich ertriff ihn. Nein, es leben noch beide. Ach, Digga, die scheiß Raketenwerfer-Typen. Ich muss es gründlich über sein Vorgehen nachdenken. Ich muss es anders da machen, okay. Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? Haha, das ist ein Wichser. Netter Versuch, Teufelskerl. Aber nicht heute. So, wir machen jetzt mal die Zigarette. Ja, ich wollte einfach zu viele Punkte mit safen. Dann machen wir das auch mal so. Ne? Hm. Wir machen einen, der angreift. Dumm. Ja, gut. Was machen wir noch? So einen könnten wir noch dazu holen, weil die pushen immer so nach vorne. Vielleicht greift das direkt ein Bazooka-Typ an. So, einer ist schon mal weg. Ja, super. Mein Typ rennt direkt in die Nate rein. Super Ding. Schnell schießt mit der Bazooka. Links. Los. Nein, sie treffen nicht. Er trifft jetzt 100 pro. Ja, war klar. Aber das verliere ich. Der andere lädt safe schneller nach als meiner. Schade. Oder? Ah, ne doch nicht. Oh mein Gott, war das ein Glück. Das war Glück, Leute. Das hätte ich nicht gedacht. Fünf Punkte mit Gold. Ja. Zehn Punkte mitzuholen. Das war wahrscheinlich auch einfach zu viel gewollt. Na gut, man könnte ja auch wieder was mit einer Bazooka. Und irgendwas, was vorne ein bisschen einstecken kann, bräuchten wir. Ja, ob die Bacta-Wache da so gegen ankommt, ich weiß nicht. Der Flammenwerfer regelt da, glaube ich, eher. Wir probieren's mal. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt gleich weiterlaufen. Weil ich muss halt irgendwie durchs Schild und ich weiß halt nicht, wie es sonst durchs Schild soll. Ja komm, nein. Diese Einheit ist der Leger. Nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Die Bazooka hätte schießen müssen. Oh, er hatte nie eine Schade. Oh, ist ein Jammer. Ich will halt die ganze Zeit gerne Punkte mitnehmen. Ich würde ja sagen, das war ein netter Versuch. Aber warum sollte ich? So, wir machen's jetzt noch ein letzter Try und dann geht's weiter. Ich will euch ja auch so die ganze Zeit hier mit dem Spiel langweilen, falls ihr das nicht so spannend findet. Mein, wenn nicht, könnt ihr aber auch einfach einen Ticken vorspulen. Also da dran sollte es eigentlich nicht scheitern. Ja, oder wir probieren mal so. So, komm, ja, das probieren wir. Nein, die Nades treffen das gut. Scheiße. Ja, hat drauf geschissen. Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter. Wir haben oft genug auf den Sack bekommen. Hier machen wir das nächste Mal weiter. Ja, warum solltest du halt die Schnauze? Ist okay. Jetzt muss ich kurz laden, so. Müssen wir das nächste Mal weitermachen. Ich wollte jetzt einfach nur mal kurz gerade auf schnelle Welle probieren, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit lang nur hier stehen. Ah, da. Warte mal. Warte mal. Wo ging es weiter? Da links müssen wir lang. Okay. Schauen wir mal. Und da schon hoch? Ja, ne? Genau, da schon hoch. Jetzt müssen wir doch dort weiter können. Das letzte Mal ging das ja nicht. Ich nehme an, dass wir jetzt die Fähigkeiten haben für da lang. So. Verdammt. Was jetzt? Falls du zu den Raiders gehörst, ich will keinen Ärger. Ganz ruhig, zu denen gehören wir nicht. Und auch nicht zum Imperium. Was willst du dann? Wir wollen den Berg besteigen. Was kannst du mir über ihn erzählen? Du musst verrückt sein, da rauf zu gehen. Aber was weiß ich schon. Der Aufstieg war für die meisten schon tödlich, bevor das Imperium aufgekreuzt ist. Du solltest umkehren. Warte, wer das Professor ist, hat er doch bestimmt mehr zu sagen. Was ist das für ein Ort? Ein altes Verlade-Dock aus der Zeit, als hier noch Betrieb war. Jetzt gibt's kaum noch Aktivität. Nicht seit... Seit... Was? Nein, schon gut. Vergiss es. Aha. Okay. Gut. Wir müssen da rüber. Zack. Da hoch. Und dann da rüber. Mal kurz speichern hier. Dass wir hier als nächstes einsteigen, wenn mal was schief läuft. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Ähm. So. Ich muss da hoch. Okay. Ja, jetzt stimmt. Stimmt. Jetzt kann ich auch hier durch, indem ich einfach den mache. Oh. Ich... 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 Oh. Oh. Ja, Roboter ist unten. Und du darfst auch da runter, so. Gut. Das waren sie. Weg sind sie, die drei. Ja, es macht schon sehr Spaß mit der Macht, die viele W!! schade ich dachte der stirbt dort unten dann müssen wir es halt so machen dann legt die eine hälfte unten fertig was haben wir denn da da ist ein loch scheiß fischer ein nest voller schauderpäden es wird diese geschichte lieben heute haben wir einen neuen bart gefunden da unten gehen wir doch kurz hin abgestürzter tierjäger tierjäger okay Was ist das? Sieht aus wie aus den Klonen. Entgreift ab! Ah, okay. Okay. So. So. Kurz mal in die Luft hochgepackt, ne? Passiert dem Besten. Ja, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich da rüber. Hallo. Weg mit dir. Schauen wir mal kurz was hier ist. Scannen wir mal. So. Da ist noch was zum aktivieren und da hinten um die andere Richtung geht es weiter. Grad noch mal so geblockt. Ja, habe ich doch gedrückt. So. Geschneiden. Ja, was ist jetzt der richtige Weg? Da drüben ist auch noch was. Will ja nix übersehen, ne? Die Urit müsste das denn? Oh, drei Klumpen sogar. Sehr geil. So, weiter geht's. So, weg damit. Okay. Okay. So, weg damit. Er wollte runter, hat er gesagt. Oh Ich treffe ihn nicht. Ach lol. Ah ok. Ich verstehe. Wow. Das war ein krasser Finisher. Auf jeden Fall. Alter, ihr scheiß Fische. Samen, wir sollten einpflanzen, wenn wir das nächste Mal im Garten sind. Lol. Ah ok. Äh, falscher Klopf. So. Ja. Äh, so. Zack. 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 So, sind wir oben. Und dann mal hier durch. Die Raiders haben dem Imperium Angst angejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, bitte. Ich bin ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Gibt's hier drin was? Ah, hier hoch. Gut, da unten geht's auch weiter. Welchen Weg müssen wir jetzt nehmen? Ohne Ordnung. Eine Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Ah, stopp. Ah. Ah. Warum hab ich hier jetzt offen gemacht? Was bringt es mir? Warte mal, geht's. Okay. ich bin etwas verwirrt wie ich hier weiterkomme hier leben nur lange um scheint nichts zu sein was mit der energiequelle machen muss kein klassen schimmer die plattform ist wohl gerade woanders habe ich mir schon gedacht ist das eine imperiale fähre ich habe keine ahnung warum sie bei diesen schlechten bedingungen geflogen sind willst du nachsehen scheint als wäre da elektrizität drauf ich glaube wir müssen erstmal hier lang so ein paar halbierte aliens muss man manchmal auch mal machen hallo in dieser einsamkeit was machst du hier oben mittel und nebel wir verstecken uns dazwischen versteckst dich hier die raiders sorgen zwar für lärm aber so leicht übertönt man das imperium nicht also warten wir ab wer letztlich am lautesten ist okay das gilt auch für dich und ich also für bd meint er noch mal was sagt der konkrete konkurrenz wie sie unterhalten haben die trüben sehr geil wo sind wir denn hier hier geht es nicht weiter okay und wieder hier aus der höhe raus wir können ja gerade mal schauen wenn wir schon neue anpassungssachen an kleidung bekommen haben können wir mal schauen wie das wäre der neue bad ja die machen wir mal wo ist das andere ding was wir hier noch kommen haben ich bin etwas serviert was haben wir neu bekommen das haben wir neu bekommen das hatten wir doch schon muss man das jetzt verstehen es wäre auch ganz gut aber hier sieht dass man weiß ein handschuh da noch gar aus deswegen lassen wir es erstmal so oder hoch können wir das hier war früher sicherlich ein lebhafter ort jetzt ist es eine geisterstadt was deine sensoren laufen bd ich traue diesem ort nicht was wäre recht ok deswegen komm her mein freund wo geht es denn hier lang wo geht es da drüben lang hier geht es nicht weiter ok ja gott sagen sind wir noch mal dahin weil da war noch die die oder die oder die oder die oder die oder wie es heißt schauen wir mal zack lol das war knapp hallo und hier weg mit dem ding moment ja wenn da die tür aufging da wird doch bestimmt was drin sein ja seht ihr seht ihr mal hatte ich recht gehabt ich will gerne ich habe irgendwas kaputt gemacht aber da muss doch auch irgendwas drin sein was mir was bringt äh wie komme ich da jetzt nochmal hin nein ok lost 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 ah ich komme so rum auch dran ok ja gut muss man ja auch erstmal wissen aktiviert das mal bd ich habe die ganze zeit voll angst hier irgendwas zu übersehen ja what the fuck alter jede menge sicherheitsvorkehrungen was er wollte das wohl alles unter verschluss halten what the fuck ja hier wären wir runter gekommen what the fuck wie viele minen da gerade kamen ja gut müssen wir noch mal neben rum und da ist da hinten noch was weg mit dir so neue pflanzen bekommen hier die auch super gut hier kann man später wohl wieder hoch fahren nehme ich an das so ah ne wir müssen hier lang oder ne wie ach ne hier sind wir eben lang so rum ok grad voll verloren gewesen wo wir lang gelaufen sind perfekt ja da hinten würde es auch noch irgendwo hingehen das probieren wir mal was hier ist die könnten für den garten nützlich sein oder so ja würde ich auch mal das war knapp wasser wirklich knapp und dann hier hat es nicht im blick da oben geht es jetzt ab ok ein ziemlich großer tropen um eine fähre zu sichern hier gibt es sicher etwas zu finden scan bd ganz ganz gern warum kann man hier so hoch hier muss doch irgendwo ja eigentlich wollte ich noch nicht direkt da rein oha kell vorsicht ich die beste voraussetzung durch ein schiff zu geben was gleich abstürzt ja haben sie es wirklich auslöschungstruppler dann hat er es wohl verdient was hast du das willst du für dich kleiner mann oh nein bd was hast du getan verschwinden wir dafür ist die stelle holy shit man vielleicht solltest du beim nächsten mal ein scan machen bevor du das feuer eröffnet ja denke ich auch ironische feile ok warte ja ich drücke zurück aber ich weiß nicht wie ich denke hier muss ich rüber ja ne da drüben komm ich aber so nicht hin komm ich hier irgendwie hin ne das ist das ne wie benutze ich bd jetzt da richtig so du bist dran bd1 aaa ok jetzt können wir auch auf total viele maps nochmal reingehen das werden wir denke ich so auch nochmal machen nicht halt jetzt in der folge sondern jetzt nur hier wo wir auch lang kommen aber ja auf anderen maps machen wir das dann so auch nochmal in videos oder wenn ich halt mal so für mich spiele und dort lang gehe dann kann sein dass ich dann dort die räume so lang gehe aber das werden wir sehen wenn es soweit ist in erster linie jetzt erstmal die stories beziehungsweise nachdem wir viel zeit wir später in der folge noch haben versuche ich noch ein zwei gerüchte zu machen also diese nebenquests oder halt ja in der nächsten folge dann mal ein paar nebenquests wenn wir schon hier sind schauen wir mal lichtschwert und das ist aha eigentlich würde ich am lieb karrierstangen eigentlich würde ich gerne hier lieber bei mach Ja, wir gehen unsere maximale Macht nochmal erhöhen. Ich denke, da machen wir nix verkehrt. Ich gehe ja schon gerne mit der Macht die Gegner-Craften irgendwie runterschmeißen oder so. So, wir müssen jetzt hier hoch irgendwie. Aber mal schaue ich in die richtige Richtung. Die, ne nach da. Also da oben hin müssen wir irgendwie nochmal. Okay. Okay, okay, okay. Gucken wir mal. Scheiß, direkt da. Ach, ich verstehe es. Ich verstehe es. Wow, ich habe es jetzt ein bisschen anders da gemacht, als es gedacht war, aber es war auf jeden Fall nicht verkehrt. Holy shit, der hat seinen eigenen Kollegen mit abgeballert. Oh, ich habe voll die Rakete zurück in die Schnauze geschmissen. Warte mal, was ist denn dort neben noch? Wie, hey, komm her. Ah, hier komme ich dann durch. Ich habe kurz mal hochfliegen gelassen, durchgesabelt, wieder runtergeschmissen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, das Spiel macht sehr viel Laune. Nein, schade, ich war zu langsam. Weg mit dir. Ich wollte nur gerade mal kurz da runter schauen. Ah, ne, unter mir war nichts mehr, okay. Ja, jetzt bin ich hier. Super. Und jetzt? Ah, okay. I understand. I understand. Da oben ist was. Ja, da oben wird was sein. Kennt ihr das, wenn ihr euch am Kopf kratzen wollt, eine Kappe trägt und erst dann merkt ihr, so kann ich den Kopf schlecht kratzen. Ich meine, dann müsst ihr jetzt die Kappe ausziehen, ins Headset und alles also lassen lassen. Lass einfach. Dann soll es mich halt jetzt ein bisschen am Kopf jucken, aber... Ja. Was hast du gefunden? Der Profi, Digga. Da oben drin wäre vielleicht noch irgendwas gewesen. Ich bin mächtig. Ich bin konzentriert. Ich bin mächtig. Ich bin konzentriert. 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 einmal kurz dahin. Ah, das ist wieder so eine Halluzinationsmission oder was das ist. Ah, da muss ich mit dem Schwert kämpfen, okay. Ah, da muss ich mit dem Holy shit. Was haben wir denn hier? Hey, das ist schick. Geht doch. Ah. Ja, das Ding ist, das Lichtschwert ist halt sehr langsam. Ah. Oh, holy shit, man. Ah. Ah. Oh my god. What? What the fuck? What the fuck? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dank mir für dein Schild. Zack, weg mit dir. Ich liebe es einfach, die Leute hier runter zu smashen. Ich liebe es. Gut. I'm sorry. Weg mit dir. Hier kann ich nichts aktivieren. Okay. Aber hier kann man scannen. Ja, scannen du mal bitte. Hier geht's nur runter. Hier wollen wir nicht runter. Wir wollen hier weiter. Glaube ich mal zumindest. Aber ich wüsste auch mit wo wir sonst weiter sollen. Korrekt. Kurz ausruhen. So. Wo geht's weiter? Na gut, wir sind direkt vorne dran. Da drin wird's jetzt safe abgehen. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Hier raus. Beide auf. Wir sind angegriffen. Provinizierst du gar nicht so. Herz zu schnell für mich. Bleib einfach im Gleichgewicht. Ablenkung auf Distanz. Ich kann nicht. Oh Mann. Ey, ich kann nicht in alle Richtungen gleichzeitig. Ach, ich kann die, wenn die so kaputt sind, übernehmen, ne? So, BD hackt den jetzt, dass der mir hilft. Ja, das hab ich bis jetzt immer noch nicht so schnell gerallt. Oh, ich hätt' ihn auch nicht töten müssen. Holy shit, man. Ja, moin. Wir aimen die denn. Holy shit, man. Ihr blöden Wichser. Ja, möglich ist das nicht. Sonst werden da jetzt ja nicht alle tot, ne? Kann ich hier weiter? Wie komm ich hier weiter? Komm, muss ich hier weiter? Hallo, wie komm ich hier weiter? Ja, hier. Hä? Ach, ganz dort oben. Ja, wie komm ich da hin? Gut, geht doch. Wie kommt es, dass ich hier mal reinsteigen? Und rechts, deine Verteidigung. Erledigt den Eindringling. Zeigst du schon wieder aus? Hier, wie ja, die. Hm. 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 Scheiß mal auf dein abgefucktes Jetpack und du auch. Oh. Holy shit. Shit. Ja, ich weich doch aus. Was soll ich denn noch tun, Mensch? Ja. Ich hab ihn als Schutzschild benutzt, auf Profibasis angelehnt. Kann man so einen auch hacken. Nee, natürlich nicht. Das ist nicht besonders. Es ist nicht besonders. meine fresse holy shit ging das ab bin ich mal gespannt was uns erwartet mein fehler entschuldigung das ist eine inspektion du hast befehl mich durchzulassen ich habe befehl sie durchzulassen aber sehr nett dass der sturmtruppler so hilfsbereit war super jetzt bin ich hier jetzt bin ich hier wie geht es weiter was verrät uns das denn wir müssen damit können sie den außenposten komplett eine ja und wie geht es jetzt weiter was soll ich jetzt mit dem bomber tun ich habe eine idee ändern wir den winkel zack bd du wolltest irgendwas machen was wolltest du machen happy spd irgendwie ja warum rennt da los und springt dann immer wieder auf meine schulter macht ja keinen sinn bd so nicht bunte lichter schöne bunte lichter das wäre jetzt runtergefallen wenn man das schon so hier sieht dann ist es doch extra dafür gedacht dass ich jetzt hier einmal rangehe zack 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 wie wir das mit breit für den tod machen Boss besiegt, trägt der Türtechniker, what the fuck, was für das war ein Boss, was für das war ein Boss, so wir machen jetzt noch bis zum nächsten, äh, Meditationspunkt, wo wir speichern können und dann, ja, wenn vorher noch was groß ist in der Story passiert, dann passiert's, wenn das dann halt nicht, ne? Wir wollen hoch zum Gipfel, okay, ich höre hier doch schon Schüsse, das hört sich nicht gut an, dann ist das Ding, in dem wir schon mal drin waren, wo mal Ravis getötet haben, Cal wird richtig zum Mörder, er hat einfach schon Inquisitor und Ravis umgebracht, Oh, sieht das aber so traumhaft aus, da über den Wolken und so, sehr schön Das ist der Strahl, den wir hier abgefeuert haben, irgendwo dort hinten Äh, ja, ne, also, äh, hm, 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 hm So, hier wäre jetzt der nächste Punkt. Boah, eigentlich will ich aber auch schon wissen, wie es weitergeht. Schwierig, machen wir noch. Hey, komm, wir sind jetzt bei 50 Minuten. Das ist gut für eine Folge. Was ist hier das? Mhm. Das erlernen wir jetzt mal. Ja, okay. Ist cool. So. Wir ziehen dann hier jetzt erstmal einen Schlussstrich. Und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, das ist für alle Beteiligten okay. Moment, wir gehen gerade noch einmal kurz hier rein. Ist hier noch was? Nein, das wollte ich nicht. Okay, wir müssen nochmal hochfahren zum Speichern. Entschuldigung, Leute. Bisschen blöd gelaufen jetzt. Ach, das ist wie ein Zug, oder was? Wo kommen wir jetzt raus? Waren wir hier schon? Waren wir? Ach, jetzt sind wir hier. Okay, okay, okay. Verstehe, verstehe. Ich habe das Gefühl, dass wir etwas über diesen Ort wissen sollten. Der Berg ist nicht sicher, Fremder. Ich würde aufpassen, wo ich herumschnüffle. Wir sind nicht von der vorsichtigen Sorte. Das hatte ich am Anfang mitgemacht, wisst ihr was? Weil wir jetzt schon einmal da sind. Wir reden gerade eine Runde mit denen kurz. Ich glaube, mit denen haben wir schon mal gesprochen. Aber vielleicht haben die ja auch noch eine Nebenquest für uns. Alles okay? Die Tiere hier werden nervös, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe gelernt, ihnen zu vertrauen. Geht ihr auf den Berg? So sieht es aus. Keine Ahnung, ob das verrückt oder mutig ist, aber passt dort oben auf euch auf, ja? Mach ich natürlich. Okay, gut. Dann geben wir uns mal auf den Berg. Gehen wir uns noch einmal ausruhen. Wir haben nur noch Theoriten so aufgehoben, damit das auch alles gespeichert wird. Und dann haben wir es auch für diese Folge geschafft. Jetzt nochmal da hochfahren. Ja, sieht schon witzig aus. So, da sind wir doch schon fast drüben. Ah, guck mal. Hier, das hätten wir auch fast übersehen. Was für eine Aussicht. Was hätte dir gefallen, Jaina? Da oben scheint es ja ganz schön abzugehen. Die, die Dings. Ach, wie heißen jetzt nochmal da? Diese örtliche Gruppe gegen das Imperium. Krass. Das erwartet uns dann der nächsten Folge. Wir ziehen jetzt aber wirklich einen Schlussstrich. Wir machen dann der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne ein Like, Comment, Abo da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal.